Die Schwarzwelz-Orks in der Steppe dienen einem fünsteren Meister, der abartige Experimente an lebenden Wesen durchführt, um seine eigene Menagerie der Monstrositäten zu schaffen. Viele seiner Testobjekte sind so verderbt wie ihr Meister, aber ein paar davon sind vollkommen unschuldig. In den Schlupfhügeln im Süden ketten sie jungen Drachen am Boden fest, um sie für solche Experimente vorzubereiten. Das lasse ich nicht zu. Zerbrecht ihre Fesseln und bringt die Brotlinge zu mir in Sicherheit. Bleibt sauber! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020